so jetzt habe ich ein lagerfeuer genau das ist ja wenn es das einmal hinstellt dann ja wenn es das also das kannst du nicht wieder abbauen okay ja ich wollte nur testen mal kurz hier sagt und jetzt kann ich hier okay ich rohes fleisch ja vor welchen tieren egal also fleisch du kannst